wir müssen gleich in die richtung da hinten hin aber es ist noch es ist noch hell also ok aber hier ist auch nicht mehr viel ne kleine insel aber nichts atemberaubendes und ich habe da was gesehen dass ich ganz schön tief aus wenn es richtig gesehen habe hier reingefallen und müssen auf das auf jeden fall ist hier eisen das natürlich sofort mit und auch sehr gerne das mit und noch mehr kohle und das ist eine große aber würde ich wieder sagen hier ist es für dunkel ist es nicht schön weil das kohle immer die kohle haben dann gehen wir sofort zurück und schwere spinnen bitte geht weg geht weg ich will keine spinnen und ich höre diese spinne das ist schrecklich schrecklich ist dass man diese spielte schon wieder ich glaube nicht cool so jetzt haben wir die kohle jetzt schnell nach hause aber hier ist noch mehr kohle ich will die kohle mitnehmen und daran skelett scheiße nein nein wirklich dummes skelett und eigentlich wichtig das ist ja mitnehmen weil dies auch gleich kaputt ist auch das doofe das ist alles total scheiße jetzt geht auch noch kaputt wir gehen hier morgen noch mal hin also wir geschlafen haben so schnell die richtung hier und das noch wie viel skater sind das sind alter immer in die richtung glaube ich war das ne ich gehe mal hier oben auf den berg dann muss das nachher nicht machen und der regiert generieren nicht das ist auch scheiße hier oben da sind creeper nein lauf lauf nicht essen erst mal laufen erst mal laufen erst mal laufen gut abgehangen aber wo muss jetzt lang kacke hier in die richtung muss ich oder ich muss doch eigentlich sind pack mal wieder okay das leben für dich mal bitte auf das sehr wichtig so jedoch ich glaube die richtung war das ne oder war das nicht hier ist doch hier irgendwo gewesen sein oder nicht weiter sprung so ich bin mir auf den bäumen lang dann könnte auch keine monster hier angreifen oh mein gott ich höre spinnen hinter mir ganz viele spinnen okay es waren nur hunde die also nicht das geräusch aber hier vorne oh mein gott das sind zwei creeper und ganz viel und so ein zeug und wo ist mein haus da ist ein zombie da ist ein creeper zum körper will ich nicht na wunderbar man wo ist mein haus denn scheiße bitte in der richtung hier sein oder da ist das haus gut lauf 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 schnell auftauchen und schlafen gehen schnell alter alter so das würde sein wir gehen jetzt noch mal hin holen die restliche kohle gehen jetzt mal alles rein wir machen das spitzsacke schnell das muss noch raus und das hier und so und dann nur schnell stein spitzsacke hier zack lauf jetzt noch schnell hin und danach geht es dann ruck zuck zurück würde ich sagen bieter 40 kohl auf jeden auf jeden fall was schon einen park die kohl das nicht kohlen das ist dann wissen schon was anfangen und das ist eine ges Huang oder das andere weiter dieses geduld sind es Difficult egal jetzt liegen sind uns egal so schlimm lauf 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 dass das noch mehr kohle okay ist auch okay weil die kohle auch noch mit da und da und hier und so und so eine kleine ader aber je mehr desto besser und hier dennoch sagt man kann ich immer auch noch mal reingucken eigentlich ist die vielleicht irgendwo stirbt 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 okay die packt glaube ich ein bisschen rum stirbt hier ist es dunkel ich mag es hier nicht aber kurz kohle lauf mal da hinten nicht noch mal hin hier gibt es genug kohle und außerdem habe ich kann es dann wieder zurückzulaufen ist doch noch so ewig ewigkeiten lange so also doch wir haben auf jeden fall kohle hier nach und so weiter groß ist gerade hier bitteschön okay geht es wieder raus okay gut zu wissen habe ich immer weg frei dann kommen wir ja wieder raus so kacke 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 raus wie raus wenn der kippe reinkommen aber nicht verkackt aber weiß ich jetzt halt scheiße und so nach hat er gestern riesen ist eine große höhle hier anscheinend okay der ist da der kippe der kippe zombies sind hier bitteschön die kartoffel anpflanzen das ist auch gut so also stirbt nein kacke 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 und das ein kippe da sind kippe stürb 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 du dumme und keine ahnung wer hier gelandet sind auf jeden Fall gibt es Sandstein ist ja auch ganz cool gehen wir hier wieder rein und das eisen wollen wir natürlich mitnehmen das ist natürlich klar so am rand hier finde ich doch immer ganz gut weil oh mein gott scheiße die ist runter gefallen alter kacke alter das eisen will ich natürlich mitnehmen das eisen ist wichtig natürlich auch aber kohle finde man glaube ich häufiger da so ruckzuck mitnehmen alles am rand mit der ganze kohle und so da passiert nicht finde man kommt natürlich schnell weg die machen dass man lieber so und so oder so dann komme ich schnell wieder raus das halte was uns einhängt und wir sollten was essen damit uns wieder aufheilen hätten uns dann noch das stück doch mehr machen sollen aber anscheinend doch ordentlich kohle und eisen und da werde ich ganz und zeug ich habe es eigentlich so eine waypoint machen oder sowas hier so ein wegpunkt und finden wir wissen dass wir hier mal hinkommen können das wäre wichtig eigentlich so und sagt das ist ein riesengrohr aber dann haben wir jetzt schon wieder 47 ok hammer das ist richtig hammer will ich muss sagen und sagt die manche wieder durch und das werden zombie hier stirbt du da ist auch noch eine spinne scheiße aber ich glaube erst ist kaputt scheiße aber ich nehme lieber die so kaputt kohle kohle los schnell abbauen schnell abbauen ganz ganz schnell abbauen müssen wir bevor wieder so scheiß teile kommen und ich will das scheißteile kommen ich will schnell abbauen einfach nur wenn wir ein körper nehmen und explodiert dann sind wir down sofort instant glaube ich oder ich weiß gar nicht ganz traurig glaube ich werden auf jeden fall tot und sagt mehr eisen gut wartet mal so wenn es nach unten geht da müssen wir immer also noch so ein fluchtplan haben wo wir dann als raus können theoretisch hier so und da gibt es noch mehr alter jetzt den körper rein fällt dann zwar down dann aber so verschissen weil feld im steck kann auch noch halt so blocken das geht hier natürlich nicht ist klar leider was denn das eine riesen eisenader hammergeil eine panik hier in der höhle alter ich will so schnell daraus weil wir noch keine aus will noch keine rüstung und halt so wie noch gar nicht dass ich ganz schön scheiße von hier dann sieht es kein monster so und so und so und so und ach du scheiße wie viel gibt es denn hier noch und wieder kaputt hier kann man auf jeden fall noch öfter reinkommen weil hier wird auf jeden fall doch hier wird es viel hier wird richtig viel sagt und sagt und sagt und sagt und sagt und hier geht es noch um so jetzt wieder zum haus finden das ist die große kunst ich will gar keine ahnung wo das haus jetzt wieder ist wunderbar ich glaube jetzt war nur 100% skelette doch hier muss man gehen irgendwo krass sein ich habe mich geleckt schiette okay ich habe null ahnung wir reden erst mal die richtung hier würde ich sagen okay das ist scheiße hoch auf dem baum vielleicht sehen wir dann mehr wir so spontan sagen irgendwo in der richtung aber es ist noch ein wenig mitnehmen wir nehmen mal die steinachs in die hand und das war nicht schlau ich bin auf den baum ausspringen also nicht geschafft wir haben mehr als ein stick und das kredit noch mehr drin aber ob war das noch mal finden ich weiß ja nicht und als wir müssen ich kenne mich noch so wenig aus aber das heißt jetzt gelandet irgendwo hier scheiße alter und dann ernst super aber nein kein holz mit boah alter so und so und so und so müssen sich hier wieder nach oben arbeiten zack und zack und zack und zack und zack alter ich sollte mit mal die koordinaten aufschreiben wo unser haus war weil sonst finden wir das nie wieder das ist total scheiße direkt da man kann ich das denn jetzt bitteschön wie peinlich ist das so 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 könnte man auch hier im ganzen wald ein schön schönes baum ausbauen eigentlich würde ich ein partner jetzt so mit nach beenden jetzt ist schon da fünf nach haben wir auf so machen oder Simon ich